Irgendetwas geht brauche. Eine Frau über Gori, ob Nikolaus kennt. Nikolaus! Simon, der Nikolaus! Das ist die Schaufel da raus. Eine Rote Schaufel hat doch mal da gekocht. Nein. Ehi, das ist zu. Das ist, glaube ich, eine Rote Schaufel. An Neuen haben wir doch jetzt mal bereit damit gebraucht. Ja, Sau, mal bringst du nur auf. Du sperrst aber wieder zu. Zurück kannst du den. Ah, die hast du wahrscheinlich. So, so musst du arbeiten. Ich habe den, der kann warten. Nikolaus! Welche Kerze? Simon! Ja, die hast du. Ja, die hast du. Ja. Mit dir. Mit dir. Mit dir. Nein. Er trägt oben so, welchen wir machen. Wenn wir welche Kerze. Nein. Machen wir auf. Nein. Ja, eine Leise. Du darfst stoppen. Nein. Nein. So cool. Nein. Es ist nicht ausgeschaltet, es ist ja noch stoppt. Nein, es ist stoppt. Dann kommen wir ja weiter. Ja. Dann geben wir es dem Nikolaus wieder mit. Ja. Dann geben wir es dem Nikolaus wieder mit. Schreib mal den Zettel. Welches meinst du? Schau mal in mich. Mama! Ja, schau in mich. Wieso ist eine Leine gesessen? Das ist das. Ich glaube, das ist mein. Du hast ja noch zu. Dann machen wir die Säcke. Dann kommen wir das nächste Mal nach oben. Schau. Schau. Wir haben ein Bandchen auf dem Berg. Ich habe kein Bandchen. Wohl, wohl. Du hast auch hier eine Bandchen. Ich ziehe hier. Hier. Das Bandchen muss man ziehen. Und das ist das T-Shirt. Da sind wir nicht noch T-Shirt aus. Ich habe das. Ja. Was ist denn, was darf er? Sehr schön. Der Kuhle-Zocken. Oh, komm. Du bist doch nicht mehr. Oh, ein Kuhle-Bilder-Zocken. So Kuhle. Du musst das mal sagen. Schatzritzen. Wobeiger-Zocken.